ja nur die überwürdigten laden zum ersten haben wir schon gereicht wollte er nicht noch mal kommt den zweiten an der hat fressen doch bock aber egal erst mal die marke hier reinstecken darf jetzt nach dem markt da rein damit den schreitladen da reichts aber auch herzlichen willkommen zu 530s 2 habe keine kostümmel hat meine cabbie besorgt wird auch mehr patch und so und ihr seht ein neuer hintergrund ja hier steht noch egal das flüchtige poster alles dabei dann gehen wir mal gleich direkt rein ins game und sehen uns dann gleich wieder erst mal und die fressen ist da unten aus dem grund weil die sonst sachen übersehen werden wie zum beispiel licht und so das regen ist die face cam da hier hier unten nur ist 12 los geht's auch auch hier weg ich will dich nicht hören ich will nicht hören ist du 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 wirst du ja das ist wunderbar so muss ich dieses verdammten tricks an die arbeiten die leistung mängel das press und erzählt let's hold you guys people was it oh your mind Oh, ug Hello, Boney Party Hello warum kommt hier keiner oh no der typ hier nein das ist der einzig wahre balloomboi bengel schnauze jetzt gibt es einen richtig geilen wieder so es ist meine 2 saft in doppel A batterie für eine Animation Ich hab eine Da 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 I'm like the secret mit und Euro unkürtlich nicht okay dann ist er nicht natürlich nicht da nicht Prozent Bonny, don't eat and eat. Hey, Bonny! 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 Geh weg! Bonnie, verpiss dich! Ich weiß, dass du da bist! Hallo? Ich hab dich gesehen! Hallo? Huch! Verpiss dich, Bonnie! Ja, ich hab dich gesehen! Geh weg! Ich bin's, Freddy! Ja, hau, hau, hau! Wo ist Bonnie? Oh! Schön! Da war ja was! Die Leute, ich werd' auffüllen! Ach, Chica! Geh weg! Ich würd gern wissen, wo Bonnie ist. Ist das aber mal weg? Bonnie? Hallo, Bonnie! Ja! Jaaaa! F***! Ich hab' gewonnen! Jaaaa! F***! Ich hab' gewonnen! Halt die Fresse und geh weg! Oh, haut nicht ab, ihr kleinen Kindlein! Wer ist weg? Tika! Ja, jetzt nicht hin zu sein, wenn es runter geht, es nervt! Ich habe hier noch ein Gerichtes gefunden, ich habe auch ein bisschen. Meine Arme ist Nachwächter Ach Mängel Halt die Fresse Mängel, geh weg Brauch dich nicht Ach Digger Mängel Ach nee, Balobon Balobon Ach Digger, Balobon Hektar Komm Ich hoffe ich krieg Mängel so weg Ich bin aber nicht, ich hab Mängel so wegbekommen anders Liga, ich hab Angst Liga, wenn ich gleich Zamskyer bekomme, bin ich gefickt, weil alles auf einmal kam Ach du kleiner, ehrenloser Danke! Danke, Borny! Geh weg! Brauch mal eine Taschenlampe noch! Digga, halt die Fresse einfach nur! Sind alle weg! Und du bist mehr Arsch! Ach komm, das zeig ich dir, Borny! Och Digga, Foxy! Ja, das ist das Nervige am Balloonboy! Der fickt dich halt! Und fickt dich Foxy! Weil... Der Nervige Balloonboy denkt, er muss cool sein! Er muss dir die Batterien klauen! Digga! WTF? Guck mal! Hallo? Mängel, verpiss dich! Foxy auch alle miteinander! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Lass uns mal weg! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Wipps dich! Guck mal! Stürt! 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 Geh weg! Geh weg! Ach Balloonboy, warst du jetzt in meinem hohen Raum? Oh DIGA! Heilige Gottes Maria! Jetzt fickt mich mal nicht Foxing wegen Balloonboy, jetzt holt mich Chica! Hat ja nicht so ein Cupcake für mich dabei? Dann kann man drüber reden, wenn ich noch den Cupcake essen darf, dann kann man drüber reden, ja? Mehr! Das war's aber mit dem Video von Scott Games. 5th Nightmare 2 Das war das 4, 2 Wann ihr wollt schreibt in den Kommentaren noch eine Runde von dem Spiel, wenn nicht kommt vielleicht bald der 3er Teil, mal schauen! Bis dahin, tschau tschau!